Naja ok, da werden wir wieder mal nen Vlog, von wie bereits erwähnt in meinem letzten Vlog heute ja auch wieder auf die Comic Con, ja mal schauen, was wir da so erleben, beziehungsweise was sich alles verändert hat jetzt über das Jahr, nachdem ja die Comic Con jetzt ist ja ihr Spiel dran, dieses Jahr ist sie recht früh dran, ich mein wir haben jetzt 18. Juni, also Samstag, mal schauen, was uns erwarten wird und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, ja, nachdem ich eindeutig jetzt nicht mehr zu Hause bin und vergessen habe, dass meine Schwester auch wieder dabei ist. Hallo, hallo, ich habe irgendwas im Gesicht, wenn du dir so schieben. Du mich auch. Ne, wir haben, nachdem ich dachte, dass das letztes Mal ja so super toll funktioniert hat mit der Tonaufnahme, nehmen wir ein Handy zum Aufnehmen und eins als Mikro, Ersatz. Sagt ihr jetzt einmal so, so wie wir jetzt mit den Herren, ich werde ihr Kamerafrau sein, sagt ihr euch gleich. Ja, so ungefähr. Ja, äh, in der Zwischenzeit gefühlt elf, in der Früh. Ja, zehn vor. Super. Ja, wir werden jetzt dann losfahren, oder? Ja, wir machen uns auf den Weg. Dann sehen wir uns vielleicht auf den Weg gemeinsam an. Schauen wir mal. Mal schauen, wie wir das zusammenschneiden. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hoffentlich mit Erfolg. Das soll er wieder da nicht schmeißen. Schauen wir mal. So ungefähr habe ich mir so gedacht, es wird schon keiner so gemeint sein und wegwerfen. Nee Spaß. So ungefähr werden wir wieder rauskommen. Ja so ungefähr. Meine Schwester hat schon gesagt, sie macht heute Kameramann. Kamerafrau. Danke. Richtig gendern, super. Ja. Ich mache Mikro. Wir probieren es zumindest. Schauen wir was draus wird. Wir versuchen es. Chaos pur. Wir werden es wahrscheinlich wieder so machen wie immer. Wie ich es jetzt gehandelt habe, mit einfach ein bisschen Film. Im Nachhinein noch mal Resümee. Mitten waren wir immer dran. Wie jetzt in den letzten Vlogs. Ach so. Das können wir schon gut. Das funktioniert. Das funktioniert. Wir haben, wie gesagt, Ankunft. Wir stehen gerade ein bisschen abseits, damit wir keine Leute belästigen. Oder werden wir einfach asozial fahren. Ja, weil du immer das asoziale davon leben musst. Ja okay. Ja, wir werden sehen, was wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.